Der Podcast von Graubünden Digital. Heute mit Christian Wirsch von AL-Digital. AL-Digital ist ein Projekt von beiden Bergbahnen und beiden Tourismusorganisationen in Rosalänzer Heid. Wir beabsichtigen, dass wir für den Gast das Leben einfacher machen. Dass er mehr Zeit für seine eigentlichen Tätigkeiten machen möchte, statt sich mit Buchen und Vorgängen aufzuhalten. Auch, dass wir ein neues Erlebnis bringen können. Für das ist der erste Schritt, dass wir die Architektur neu machen. Man muss sich vorstellen, es gibt ganz viele Schnittstellen, die verflochten sind. Wir möchten dort eine Middleware, eine API-Plattform mit Discover Swiss hineinbringen. Dort schaffen wir so viele Ordnungen, dass wir möglichst viele Systeme aus der Destination anschliessen können. Und das nach vorne heraus für den Gast ganz einfach buchbar machen. Über verschiedene Apps, über Webseiten. Und dort auch agil sind, um neue Produkte in kurzer Zeit bereit zu stellen. Und wofür genau habt ihr die Förderung von Graubünden digital erhalten? Das ist mit Discover Swiss. Dort bauen wir verschiedene Schnittstellen, dort erarbeiten wir verschiedene Grundlagen. Die sind auch vom Genossenschaftsgedanken von Discover Swiss so aufgebaut, dass nach einer anderen touristischen Destinationen davon profitieren können. Dass die Schnittstellen schon existieren und man kann eigentlich die Hürden vom Investieren wieder oben runter senken. Warum ist dein Projekt speziell für Graubünden effektiv? Wir vereinfachen es für den Gast, um bei uns Leistungen zu konsumieren. Und je einfacher das geht, desto förderlicher für den Tourismus zum Verkaufen. Und der Tourismus ist der grösste Wirtschaftsfaktor im Kanton Graubünden. Und entsprechend ist das ganz entscheidend, dass wir dort vorne mit dabei bleiben. Gibt es eine grosse Herausforderung für die Arbeit an eurem Projekt? Es sind natürlich immer viele Interessen im Spiel. Und man muss zwischen ganz vielen Parteien versuchen, Interessen einzubeziehen. Und dort ist es für mich persönlich auch immer wieder herausfordernd, den Gast in den Fokus zu stellen. Und die Leistung als Gesamte und die eigenen Interessen dort hinten anzustellen. So dass man gemeinsam vorwärts kommt und das grosse Ziel wieder im Auge behalten kann. Könntest du nochmal ganz prägnant beschreiben, was ist der Mehrwert für eure User? Ich kann sich das ganz praktisch vorstellen. Im Moment hat er verschiedene Logins, verschiedene Buchungskanäle, verschiedene Plattformen, wo Daten drauf sind. Und das Ziel ist, möglichst viel davon auf eins zu vereinen. Das macht es ihm viel einfacher, viel übersichtlicher zu finden und auch zu verwalten. Was meinst du, ergeben sich Chancen für die Zukunft aus eurem Projekt? Es gibt riesige Chancen drin. Wenn man nur daran denkt, wenn man Apps für gewisse Zwecke entwickelt, dann muss man bei jeder App wieder neue Systeme anschliessen. In der neuen Architektur gibt es immer eine Standard-API, das ist eine Schnittstelle, in der man die ganze App anschliessen kann und das Ganze in einer Plattform wieder verwaltet. Man ist also massiv schneller und kann ganz einfach neue Produkte lancieren, wenn man eine Idee hat oder etwas, das Sinn macht. Hast du Tipps für zukünftige BesuchstellerInnen? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man immer beim Kunden und seinen Bedürfnissen anfängt. Dass man dort überlegt, was den User braucht, mit den User-Stories arbeiten. Dass man das auch verifiziert, anhand von Daten, die man hat, anhand von Gesprächen. Damit man nicht ins Blauen ausentwickelt oder sich immer wieder zurück angeln kann. Was war das genau das Ziel? Wohin wollen wir gehen? Und sich nachher nicht verstrickt, wo sind wir? Was können wir? Was wollen wir? Sondern was braucht unser Kunde oder unser Gast? Was ist deiner Meinung nach die grösste oder eine grosse Herausforderung im Zusammenhang mit der digitalen Transformation in Graubündel? Sehr schwierig ist, mit dem Umfeld umzugehen. Die Erwartungen sind zum Teil sehr hoch. Beispielsweise bekommt man Vorwürfe, dass man noch nicht viel weiter ist. Gleichzeitig sind das dann Personen, die unterschiedliche Bildformate gar nicht unterscheiden können. Und dort den Weg zu finden, zu erklären, was man macht, was es dazu braucht, was für Zeit es auch braucht und wie komplex die digitale Welt ist. Ohne dass man den Leuten nach ihnen Angst macht, das ist sicher sehr fordernd. Es braucht immer Fingerspitzengefühle und stetig wieder zu kommunizieren. Gibt es etwas, das du uns schon immer mal sagen wolltest zur digitalen Transformation? Irgendeine Botschaft? Ja, ich glaube ganz wichtig ist, dass man sich bewusst ist, es braucht agile Prozesse, agile Methoden. Das heisst, es ändert einen Zeitplan, man muss einen Plan wieder verwerfen und wieder einen neuen Plan führen nehmen. Man muss sich Schritt für Schritt vorarbeiten, ohne dass man immer schon technisch gesehen das Endkonstrukt sieht. Und vor dem sollte man nicht Angst haben, da muss man sich reingeben. Und es braucht auch ein bisschen Anlaufzeit, um das Lernen mit dem umzugehen zu können. Nach mal zu dir, bist du selber sehr digital unterwegs? Bist du transformiert sozusagen? Ja, ich bin absolut digital. Ich habe meine Dateien in der Cloud. Ich bin total vernetzt. Ich kaufe fast nicht ohne mein Handy. Da funktioniert alles darüber. Aber bist du zwischendurch auch mal komplett offline oder gibt es das gar nicht mehr? Offline bin ich insoweit, dass ich relativ strikter bin in Benachrichtigungen, dass ich bewusst den digitalen Inhalt konsumiere, wenn ich genau das Bedürfnis habe und nicht stetig müssen. Komplett offline, dass ich jetzt irgendwie mal eine Woche lang auf meine digitalen Geräte verzichten würde, das mag ich mich nicht daran erinnern, als es das jemals gegeben hätte. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest für dieses Format? Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir mit viel Mut in die digitalen Projekte hineingehen, dass wir uns digital entwickeln. Die Welt rundherum entwickelt sich rasend schnell. Und wenn wir uns gut entwickeln innerhalb dieser Welt, dann werden wir nicht irgendwie überrollt, sondern wir bestimmen mit. Und ich glaube, das ist gerade in einem touristischen Kanton, wo man viele direkte Gästekontakte hat. Und dort auch viel kann bewirken mit digitalen Mitteln, extrem wichtig. Wofür stehst du? Ein grosses Wort wäre sicher Harmonie. Ich habe es gerne, wenn man Leute einbeziehen kann, wenn man miteinander arbeiten kann, das Netzwerk richtig aufstellen. Ich habe es gerne, wenn diese zwischenmenschlichen Sachen funktionieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich möchte mich auf Wiedersehen. Vielen Dank.